Moin, moin, brothers and sisters. Mein Name ist Bax Mortis und ich spiel mit diesem Deppen im Hintergrund. Hallo, warum spielst du mit dir? Hallo. Ihr wisst nicht, wie nervig dieser Penner ist. Und du bist auf der Nummer. Freue dich nicht zu früh. Dann holst du einen Amerikaner in unsere Party rein. Ey! Wenn ich mit Deutschland noch verflieh'n und ein Pazza fangst du uns in den Schatz-Amerikaner auf Richtung, dann war das nicht gut. Junge! Ich wusste nicht, dass er ein angeblicher Amerikaner ist. Das ist ein Bremer! Schlacht wie Mongo. Los, los, Mongo. Ich meinte Ihnen, aber egal. Wie wär's mein Anführer? Wollen wir B-Raschen? Das ist unser... Das ist Berlin! Das ist Berlin! Das ist Berlin! Wir stürmen Berlin mit unseren neun geilen Waffen. Nicht schon mal! Oh Gott! Jo, geil, Alter! Vergasen! Ich vergaß nicht mit dem Panzer mit meinem Panzer, Alter! Jetzt vergaß nicht mit dem Panzer! Das ist.. Das ist nicht die B-B-B-G-G-U-A-S-K-O-B-A-Z-K-O-B-A! Das ist nicht die B-B-G-U-A-S-K-O-B-A! oh Junge nicht zu heftig, nicht zu heftig, Alter vor mir würde mich jemand vergasen, bitte helfen sie mir, das ist die deutsche Gaskammer Wurde der vergas von dir, oder was, mit deinem Hetze, Alter? Bist du so zu ihm nach Hause gefahren, so mit deinem Hetze von dem seine Haustür, und dann gibst du so richtig Gas mit so einer Handbremse, Alter, so Warum voll vergasen im Lied? Und dann hat er aber kein Lippe drauf Scherzer Power! Oh, ich hab vergasen Ich hab vergasen Ich hab vergasen Gib mir Gott Äh, was war das? Ich war im Visier und auf einmal zieh die so richtig nach rechts Das war die Vergasung, der hat mich weggedrückt Da pönt sich nicht longwind Das ist Ostwind Äh 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 Oh, ja, vergasen 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 Ostwind Überall Oh, das ist gut Welch der unten, das ist meine Wohnung Grappü Geh, 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 schock Grappü So, 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 so macht man gleich richtig drauf Hab pö Äh, da kommt dein Haus raus Äh, da vorne ist Panzer gewesen Äh, äh Alter, da will ich hier mal das Haus raus in der Nähe so war Dankeschön Prozent Vorlesens ein Feind war A was du nur auf dass sich vergast jaja wenn du Oh shit! Nächster Kill! Oh, komm! Oh, was hat mir die Kettchen tun? Oh, oh, oh! Die Oda! Ah, ble 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 ble! Hey, 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 hey! Bing! Bong, bong. Ey! Au! Junge, sie schießen mir überall auf mein Leben. Der wird ein Bär! Keine Ahnung! Ah! Der ist ein richtiger Bär! Verdammt! Man, ich hätte noch einen Schuss rausbringen können! Diese deutschen Vergaser! Die brauchen deutsche ISO! Die brauchen deutsche ISO! Die benutzen keinen Diesel, die benutzen Vergaser! Ja! Ja! Bloß die Junge! Alles klar! Alles klar! Ne Ahnung! Mach kurz unser Marschli, ne? Tade! 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 Man, das ist so kacke, die campen an Positionen, wo man nicht hin kann! Ah500否! Ro lado! MARK! Mobio! Weg! 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 Man ist schon voll on. Oh, Gott. Oh, Gott, ich habe so viel Zeit. Oh! Ich habe auch noch ein sehr schönes Lied. 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 Ja, das war die Bons. Allah, Allah, Allah! Bum! Ja, das war die Bons. Allah, 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 Allah! Allah, Allah! Ah! Ne, 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 ne! Allah, Allah! Allah, Allah! Oh, shit! ades ades dame aber dame ab schick 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 hilfe hilfe Hallo Agbaaaar! Wir sind sicher, hier ist niemand mehr drinne. Ich bin nicht dein Vater. Hallo Agbaaaar! Stell dir vor, jemand sagt einfach so in so einem Video, wissen Sie, warum der Kotflügel Kotflügel heißt? Ja, damals hat sich jemand in dem Flugzeug hochgejagt, Hallo Agbaaaar! Und dabei hat er sich in die Hose geschissen und die Scheiße ist auf den Flügel gegangen. Und dann ist der Flügel genau bei diesem Teil am Auto gelandet. Hallo Agbaaaar! Ich weiß nicht, dass das Auto in die Luft gejagt hat. Hallo Agbaaaar! Und dann stell dir vor, in der Anime in dem Shit wird dann einfach das Auto in die Luft gejagt. Hallo Agbaaaar! Hallo Agbaaar! Hallo Agbaaaaar! Hallo Agbaaaaar! Oh, das ist etwas Schreckes. Nehmen acht. Ja, ich habe es gemerkt. Meine kleine Talipop. Meine kleine Talipop werden nicht zerstört. Oh, meine Talipop. Ah, die kleine Talipop. Und die kleine Talipop. Oh, meine Talipop. Oh, meine Talipop. Ja, Alter, da kommt schon was entgegen. Stell dir vor, es gibt einfach so eine Analyse hier. Über alle, irgendwie. Und in jeder Folge sprengt sich jemand in die Luft. So, stell mir vor, dass ich das sock ... Nein! Du bleibst weg! Bleib weg! Ich kann nicht, auch ... Ne, ne, ne. Seid nicht traurig, Talila. Was ist das, Traurig-Alala? Ey, Taliba, bitte sei nicht böse. Ich hab dir ne Bombe gekauft. Allaikbar! Das ist so ganz normal, Alter. Finde es ja und jede Schule also. Die sind Sächer! NEIN! Mann ich habe gegen eine M8 äh M6 gebackasen, Alter. Ja, Mann! Mann, die ist doch kein! Alla, ich will! Ja, Mann! Apple, Apple Pen. Alla, ich will! Junge, ich wusste, dass es viel Scheiße auf der Welt gibt. Aber dass es so eine Scheiße gibt, das wusste ich nicht. Oh nein, das ist die... Ah! Ah! Was ist das? Oh! So ein Typ steigt ins Flugzeug an. Okay. Okay. So ein Typ steigt ins Flugzeug. So ein Typ steigt ins Flugzeug. Oh! Ist das ein Lied? Ist das ein Lied? Ja... Ab, Ab! Ich wollte das nicht an Halibad abschießen. Ich hörte das mal von Yana da. Propan ert, Papa. Hey, ich habe einen kleinen R Kirchner. Was ist der? Alles klar. Hahahaha Alter, ihr seid ihr? Ja, mach mal deins aus, mach mal deins aus, bitte. Ja, 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 mach mal deins aus. 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 ne bombe ne tiny team wird auf mich gebombt alter und jetzt konnte ich meine also nicht töten und die denken sich so ok ach alloo 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 Der Rettentyp mit halbem Verkleidung wirft ne Tasche in McDonalds. Das ist Ronald McDonalds. Der eine. Ronald McDonalds. Der eine Fake zu der Bietsteige in Geburt in dem Auto reingemorfen. Alles klar. Das war's für heute. auch ich bin so gut denn es ist so gut stell dir vor allem so ein Tyk der rennt einfach von Autos Alu Adma er hat gerade gesagt Und ich weiss, Allah. Dumme Menschen, gibt es leider zu viele. ist das vorbei? ist das vorbei? ist das vorbei? was war das? ja, ich geh grad zu viel es heißt run mcdonald 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 ur eye mcdonald er macht Das war's für heute. Was ist das so schön, Mama? Oh, da! Oh, da! Was ist passiert? Von den Händen kann ich das als ob man sie zu sehen. Einfach zusammen auf den Laden schon mal rüber. Alles klar. Hahahaha Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh Yo Hallo Agbaaar! Hallo Agbaaar! Ich kann den Jagdpanzer BFW kann ich freispielen nach fünf Missionen Ja ich seh es, also du musst richtig darauf hinweisen, dass du bereit bist Alter Junge, ich könnte jetzt so einen Scheiß machen, aber mach ich nicht Du hast deine kleine Arsch Du hast deine kleine Arsch Ja 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 Die Funktion ist immer noch kommen, nicht Der Binnen der Tat Das wäre sein Leiter enjoying Darberhaupt er hat, er hat aber eben muss. Ja, das glaube ich, ist auch. Sonst wäre er ja schon locker online. Jetzt ist er noch zu gucken. Zumal, wie soll er jetzt mehr? Eigentlich. Was ist das? 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 Ahhhh! Ahhhh! Ich lebe das soooo! Ahhhh! Ich lebe das soooo! Ich lebe das soooo! um mir wird die Kette abgeschossen abzuschossen und nur Loh, 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 Loh Pipaloo Pipaloo DAY Witsszau pension Storm K Ich kann den Jumbo auch gleich fahren. ich habe ihn abgelenkt jetzt erledige du dein teil wo stammt die anstehen Also sie steht so ziemlich vor dir. Steht sie da, wo ich gerade hingucke? Jetzt blockiert, also belästigt sie unseren Freund. Oh! Oh! No! No! No, no, no! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Vielleicht kriegt das schon! oder doch nicht nein nein nicht nicht pushen sie wird sich nur wieder töten doch bitte 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 1 3 4 5 5 5 6 5 8 2 1 Doch, sie hätte dich ja fast gekillt, weil sie unfähig, was ist so schön. Schalt sie! Von wo? Sorry. Dann kann ich dir nicht helfen. Ich bin ja auch tot. Dann sag mir doch wenigstens, wo er stand. Ich finde die Impression. Ohhhh! Kaffee, Kaffee, Kaffee! Äh, hallo? Alles klar, haha! Mama! Ja, jetzt haben sie mir die Kanone zerschossen, Alter! Oh, diese Pussis! Kann ich ja schon mal in Fanny messen. Fiona made out. Alter, Flugzeug! Alter, Flugzeug! Was? Du musst doch nachladen sein! Talibar! Talibar Power! Mann, wir schießen die ganze Zeit aufeinander! Aber komm nicht durch! Mann, sie schießt mir die ganze Zeit die Kanone! Get sie schießen Sie! Tie badamu. Hanjaadu. Hanjaadu. Taks, Boss! Taks, Bas! ja ich bin auch ich hab geschossen weil ich dachte ich wäre repariert genau ich auch nicht haha ich würde aber von dir getötet ich habe aber mindestens drei kids es gibt